Spannung im Kampf um den Klassenerhalt. Die Damen des TC 1899 Blau-Weiß-Berlin behaupten sich im Duell der Schlusslichter mit 3 zu 2 gegen den ATV Leipzig. Wir haben alle füreinander gekämpft, wir haben jeden Weg gemacht, wir sind jeden Weg gegangen und haben uns am Ende die wichtigen 3 Punkte geholt und auch die wichtigen 3 Tore. Zu Beginn des Spiels zeigen die Berlinerinnen ein gewisses Maß an Nervosität, doch mit jeder Minute finden sie mehr zu ihrer Selbstsicherheit zurück. Die Gastgeberinnen gehen bereits in der 11. Minute durch eine Ecke in Führung. Obwohl Leipzig rasch zu antworten versucht, bleibt die Defensive von Blau-Weiß stabil. Der Ausgleichstreffer fällt dann doch kurz vor der Halbzeitpause. Beide Teams haben extrem hart gekämpft. Man sieht auch, dass beide Teams offensiv jetzt nicht besonders stark sind. Alle Tore fallen durch Ecken. Nach dem Seitenwechsel zeigen die Berlinerinnen eine zunehmende Ruhe, die sich in ihrer wachsenden Präsenz auf dem Feld wieder spiegelt. Sie kontrollieren das Spielgeschehen und setzen ihre Gegner unter Druck. So erzielt Meiling Krugel durch eine Ecke den nächsten Treffer für den Tabellenletzten. Fast 20 Minuten später erhöht Krugel erneut auf 3 zu 1. Doch auch die Damen aus Sachsen steigern ihr Tempo und verkürzen durch Cosima Röck-Teschel auf 3 zu 2. Dies markiert den Endstand des Duells der Schlusslichter. Mit diesem Sieg sichern sich die Damen des TC 1899 Blau-Weiß drei wichtige Punkte und wahren ihre Chancen auf den Klassenerhalt. Trotz der gleichen Punktzahl belegt Leipzig aufgrund eines besseren Torverhältnisses weiterhin den vorletzten Platz. Die Spannung im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga Süd bleibt damit weiter hoch.